die Stimme geile Brot die alle leute das gehen ab hier ist ein Schiffkrieger heute mal mit dem Ziel die Großpark infiziert liebsten und Prozent da wollen wir sein Schmerz starten wir gehen mal auf den Plattformen war am besten als nebenbei jetzt könnte es passen nicht infiziert das war mein Freund aber ihr seht ihr jetzt wenigstens wieder der Infizierte ist das Messer auf der anderen Seite 13 Messer ihr seht wir sind hier alle um bei ihm auch Kinder er schweigte mehr als nicht ein ein zur Sicherheit für deine Sicherheit die Stiftung im Messer wie ein Tier ich bin noch mal zurück hier ist nicht sicher hier hoch oh Gott, geh da hoch hier hoch gut, hier ist um hier kann man einigermaßen gut leben ihr wisst, die Rente von Gott ganz schön ist so gut, dass man hier sterben soll ja ok das ist meiner ok man sieht auf jeden Fall, dass es läuft ha trottel ok oh mein Gott ha oh, ha mal das nicht noch mal nochmal nochmal auf jeden Fall sind wir ist jetzt noch nicht zu Ende ist genau weiter bei einem M4C wäre wirklich wenig es hat aber nicht so geklappt wie es klappen sollte eigentlich müssten alle auf einem Platz sein leider waren es jetzt zu wenig auf einem Platz einmal wurde von hinten gemessen das hat jetzt gesehen und jetzt natürlich auch die zweite Sicht von ihm gesehen wir gehen auf MTS ok kann man ja nicht viel sagen nur Dreckslobby der Lobby Bestenliste ich, ja, ich bin der Besten in der Lobby das finde ich doch mal gut das finde ich gut oh oh ok das wird das die zweite Beste bin voll gelogen Alter das sind keine 5,8 Minuten das ist nicht mehr ich bleib mal oh mein Gott oh mein Gott man ist kaum ein so ähnliches ok ist nicht ähnliches aber 5,4 Minuten nie im Leben ach oh mein Gott ich kann oh ja oh mein Gott ich kann ah ja ja was bringt mich wenn ich eine Katze schnurr was hm das sind keine Kaugen-Müß das nicht da muss ich das nicht nicht gucken du bist ein sehr gieriges Kind Alter bei Kaugen-Müß du bist ein sehr gieriges Kind bei Kaugen-Müß du bist so gierig Alter wie in der Pfad beertnissen das sind aber auch schon ins Leben ne 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 du bist ein gieriges Kind man und der Verlückte haben dass die weiter sollte das in Städte doch mit einem Livestream kommen von ihnen und hier ist nicht kaputt und wenn es nicht wartet du bleibst da ja du bleibst da wer der infizierte Seite ist ja schießt mal drauf und voll dieser vor Ort Prozent 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 verweigert ja für die Schlacht die Schausse ein Verschlacht die Schausse bei der Drecks sache ja auch fiktig schien natürlich 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 weniger besser das heißt alle die alle sind es noch um ihren Fallen nicht gewesen aber auch vorhin das auch in die Fall die schnelle Runde ich glaube noch einer noch einer kommt aber beide werfen mit dem Messer und hat keiner voll der Wichs kommt da so um die Ecke alle sind da und muss der Gegner bloß ey oh läuft bei dir die zum ersten Mal nicht einer der ersten okay rief einigermaßen gut ich kann ich glaube wieder infiziert wird dann nach einer Sekunde später jetzt frage ich mich was der Panik Knie so was braucht man immer ich kann es also so aus Panikmessern Prozent Lolle Hardware Hardware ja ihr wisst für was Hardware steht ne also bei den MB2 rein glaube ich mal oder MB ja MB rein hauwer haha okay weiter geht's wer ja ja kein Wunder wenn die Leute gerade das Spiel neu gekauft haben hat er sogar Standard Waffen getypt keiner nutzt mehr Standard Waffen aber außer er hier du benutzt wirklich Standard Waffen du hast keine Punkte aber egal also dass ihr wisst Nagex krieger ist auch eigentlich mein Account er hat auch einen aber ihr wisst ja die Leute heutzutage sind so retro drauf du musst nicht so gierig auf meine Süßigkeiten da umgucken guck nicht so gierig alles meins ihr kennt das ja wenn jemand in der Schule Schokolade ist und ihr habt nichts dabei dann sagt ihr so Schokolade Schokolade immer wieder so dann läuft es auch irgendwann mal ja ok du kriegst gleich ein Kaugummi gieriges Kind schubs schwubs du weißt wohin ne schwubs ja geh doch mal da hoch wenn du stirbst du bist so werden die Blocke die Blocke die Blocke Blocke Lensfest Lensfest A A A A A A A A ich komme zu dir in A was er denn da o ich habe den Weg gemacht wenn er guckt mich auf das ich noch auf das ich noch auf Fenster ich noch auf Fenster du musst damit einer kommen ich versuche mein Bestes oh mein Gott okay okay wir müssen hier überleben meistert gekriegt meistert das war hast du Punkte jetzt gekriegt nein jemand von meiner Miene vorbeigelaufen etwas auf den Stadtteil nach links durch die Schmerz hatten ein ein Ziel ist okay wenn was neidauer der Klinik hat was mir angst ja also wenn jemand ist mit dem es abschließen nicht schießen wenn du jetzt schießt das ist das machen kann wenn ich hier auch mal alle sind tot alle sind tot man alle sind tot nicht ok wenn du sich nicht bewegen wenn deine Miene los geht und du bist in der Nähe der Miene du wirst sterben also du kannst das hier oh mein Gott lauf da läuft wirklich noch ok oh mein Gott nein nein oh mein Gott hey Junge der erste Angriff und alle beide verkackt oh mein Gott wir beide verkackt ja Leute das war mein Part von Ghost wir ja was kann dazu sagen wir sehen uns glaube ich irgendwann mal wieder ja ja